Hallo liebe VfL-Familie, das Jahr ist schon wieder fast rum. Wir hoffen, ihr habt einen wunderschönen Silvesterabend mit euren Freunden und eurer Familie und wünschen euch einen super Rutsch ins neue Jahr. Dazu freuen wir uns auch, euch am 14. Januar an der Brücke zu empfangen, hoffentlich mit einem Heimsieg gegen Viktoria Köln.